Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der dritten Staffel am heutigen Modul Mittwoch. Wir reden heute wieder über die Symbox Pro und ich bin auch immer noch der Stefan von Symcon. Beim letzten Mal, also in der ersten Folge, da haben wir uns die Symbox Pro ja zusammengeklickt im Shop und haben das Ganze dann bestellt. Mittlerweile ist die Symbox Pro geliefert worden, steht hinter mir auf dem Tisch und ich habe sie auch schon an die Spannungsversorgung angeschlossen und ins Netzwerk gebracht. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem ersten Einrichten der Box, beziehungsweise wir schauen uns einmal unser hauseigenes Symbox etwas genauer an. Das heißt, wir klicken uns da einmal durch die Optionen durch, schauen, was kann man da alles einstellen, was muss man einstellen und dann zum guten Schluss werden wir unsere Arbeit von heute wieder zunichte machen, denn dann benutzen wir das Recovery Tool von uns, um uns dann die Box wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Das heißt, wir setzen sie auf Werkseinstellungen zurück, sodass die Box nachher wieder wie neu dasteht und als wenn nie was gewesen. Das heißt, jetzt initial gehen wir erstmal hin und rufen uns im Browser unseres Vertrauens erstmal die Startseite von Symbox beziehungsweise von unserer Symbox Pro auf und das habe ich hier schon gemacht. Wir schauen uns das einmal an. Hier könnt ihr es sehen, SymbOS, ich habe es schon vorbereitet, über die IP-Adresse bin ich gegangen. Wir haben hier ein paar Symboxen mehr am Start im Netzwerk, das heißt, hier ist der Weg dann über die IP-Adresse. Wenn ihr nur eine am Start habt in eurem Netzwerk, dann könnt ihr auch über Symbox.local auf eure Symbox raufkommen. Wenn ihr die Box zum ersten Mal startet, dann bekommt ihr diese Meldung hier, dass das Dateisystem beziehungsweise die Dateipartition vergrößert werden muss. Das ist einfach so eine Reinitialisierung, die dann entsprechend die Partitionsgröße an den tatsächlichen Speicher eurer Box anpasst. Das heißt, wir liefern ja aus mit 16 oder 32 GB Flash-Speicher und hier machen wir einfach eine Speicherinitialisierung. Ihr bekommt einfach nur den Hinweis und müsst hier unten einmal auf Vergrößern klicken. Das Ganze dauert einen kleinen Moment und die Box wird dann neu gestartet und dann, wenn das fertig ist, dann sehen wir uns wieder. So, die Box wurde jetzt neu gestartet und auch das Fenster hier hat sich automatisch wieder aktualisiert. Und jetzt sieht das so aus, wie ein Startbildschirm so aussehen muss. Und wir bekommen jetzt hier die Möglichkeit, uns durch ein paar Schritte durchzuklicken, um unsere Symbox Pro und unser IP-Symcon zu konfigurieren. Und das ist ganz einfach, wie das geht. Das zeige ich euch jetzt. Hier erstmal eine kleine Dankesrede. Vielen Dank, dass Sie sich für die Symbox mit IP-Symcon entschieden haben. Toll, das machen wir jetzt auch. Wir klicken nämlich auf Weiter. Und jetzt geht es natürlich schon los. Wir brauchen entweder einen Aktivierungsschlüssel oder eine Lizenzdatei für unser IP-Symcon. In dem Fall werde ich jetzt hier auf die Lizenzdatei zurückgreifen, die ich hier auf meinem Rechner habe. Und erstmal kommt hier die E-Mail rein. Und dann wähle ich noch ganz fix die Lizenz aus. So, dann geht es hier unten auf Aktivieren. Und dann hoffen wir, dass das diesmal funktioniert. Auch jetzt kein Problem. Die Lizenz ist gültig. Klick auf Weiter. Jetzt kriegen wir hier die Möglichkeit angeboten, entweder ein neues System einzurichten, ein System aus einer Vorlage einzurichten oder das System aus einer Datei wiederherzustellen. Wir haben ja jetzt hier eine ganz neue Symbox Pro am Start. Das heißt, wir richten hier ein neues System ein. Und wir gehen dann wieder auf Weiter hier unten. Jetzt kommt erstmal ein verfügbares Update vom SYM-US. Das müssen wir natürlich machen. Auch das werden wir hiermit weiter anstoßen. Das dauert einen kleinen Moment. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. So, und wenn das SYM-US geupdatet ist, dann gibt es auch noch die Möglichkeit oder beziehungsweise den Hinweis, dass ihr euer IP-Symcon updaten müsst, nämlich auf die Version 7.1. Ihr könnt es hier sehen, vom 12. Juni 2024. Auch das werden wir jetzt auch nochmal mit Weiter hier unten anstoßen, runterladen, installieren. Und dann, wenn das fertig ist, dann sehen wir uns auch wieder. Also, kleinen Augenblick Geduld. So, jetzt haben wir beide Updates heruntergeladen und installiert. Und wir müssen jetzt einmal die SYM-Box Pro neu starten. Auch das kennen wir ja schon von eben. Und da warten wir kurz ab, bis der Neustart dann passiert ist. Ganz wichtig für euch, die Updates des Betriebssystems, also von SYM-US und die Updates von IP-Symcon. Die gibt es natürlich nur mit einer gültigen Subskription. Das ist aber kein Problem, denn mit dem Erwerb der SYM-Box Pro habt ihr euch hier eine 12-monatige Subskription direkt gesichert. Wenn ihr dann nochmal nachlegen wollt, müsst ihr dann entsprechend nochmal verlängern, die Subskription. Aber initial ist das erstmal kein Problem. Hier hat es jetzt auch keine Probleme gegeben. IP-Symcon wurde neu gestartet. Alle Updates sind gemacht und wir sind hier auf dem neuesten Stand. Ich klicke hier unten auf OK und jetzt kriegen wir hier oben schon den tollen Hinweis, IP-Symcon läuft. Wunderbar. Wir testen das Ganze jetzt einmal aus, indem wir hier direkt die Verwaltungskonsole öffnen. Ja und ihr könnt hier oben an der IP-Adresse erkennen, das ist schon dieses gewohnte 3777 slash Konsole slash. Und ihr könnt sehen, hier seid ihr ganz normal in IP-Symcon drin, wie ihr das wahrscheinlich auch schon von euren anderen Plattformen kennt, wo ihr IP-Symcon vorher habt laufen lassen, also Docker oder auf dem Raspberry Pi oder wo auch immer. Ich gehe deswegen hier einmal wieder zurück in unser SYM-OS rein, auf die SYM-Box. Hier können wir nochmal die Visualisierung öffnen. Auch das, denke ich mal, erklärt sich von selber. Da ist natürlich jetzt noch nichts hinterlegt. Wir haben ja noch nichts gemacht hier. Hier unten kann man nochmal ganz wichtig auf den Support klicken. Habe ich jetzt einmal gemacht. Hier gibt es noch einmal die Dokumentation, also alles, was ihr über IP-Symcon oder die SYM-Box wissen müsst. Dann gibt es hier nochmal einen Link zum Forum. Da bekommt ihr dann auch immer relativ schnell Hilfe und ganz viele Antworten von unseren aktiven Community-Mitgliedern. Hier gibt es nochmal einen ganz besonderen Support, nämlich den Premium-Support von uns. Das heißt, wenn ihr personalisierten Telefon-Support von uns haben möchtet oder über Anydesk, also das heißt, wir schalten uns dann sozusagen auf eure SYM-Box auf und können euch aktiv helfen, dann könnt ihr diesen Premium-Support über diesen Link hier buchen. Hier könnt ihr einmal das System einsehen. Ich klicke hier einmal rauf und hier habt ihr so eine Art Log-File bzw. System-Abbild von eurer Datenpartition. Das ist ganz wichtig, wenn ihr mit uns im Support Kontakt habt, wenn ihr Probleme habt, dann werdet ihr oft nach solchen Auszügen hier gefragt. Das heißt, unter Support findet ihr das Ganze auch und könnt das dann dementsprechend meinen Kollegen zur Verfügung stellen. Hier klicken wir nochmal auf Netzwerk rauf. Hier können wir dann nochmal Netzwerkinformationen sehen. Ja, genau. Das war es erstmal zu dem Netzwerk bzw. zum System. Ich gehe zurück auf Support hier unten und gehe jetzt hier nochmal auf die Log-Dateien drauf. Das hatte ich eben angesprochen. Es gibt hier Log-Files, die kann man entweder sich anschauen. Da wird man erstmal gar nicht schlau draus. Aber auch das wiederum ein wichtiges Instrument für unsere Kollegen aus dem Support. Wenn ihr mal Probleme habt, dann werdet ihr nach Log-Files gefragt. Ihr könnt die dann hier, ich zeige es nochmal, ihr könnt die mit der Lupe ansehen, ihr könnt sie herunterladen mit diesem File oder ihr könnt sie ganz einfach löschen. Und ihr seht hier auch jeweils die Daten bzw. auch die Uhrzeiten, wann die Log-Files erstellt wurden. Das heißt, diese Files helfen euch bzw. den Kollegen aus dem Support weiter, wenn ihr mal nicht weiterkommt, wenn ihr ein Problem habt mit eurer Simbox Pro. Hier können wir nochmal unsere Lizenz einsehen. Da klicke ich auch mal drauf und ihr seht, der Chef hatte wieder die Spendierhosen an. Ich habe hier heute alles offen und eine Subskription bis 2027. Mein lieber Mann, das hat er sich was kosten lassen. Aber hier würde dann im Grunde genommen eure Lizenz stehen, eure Subskription. Hier könnt ihr das nochmal einmal nachschauen, bis wann denn alles gültig ist oder ob ihr gegebenenfalls da nochmal nachlegen müsst. Ich gehe wieder zurück auf Support und komme hier nochmal zu IP-SIM-Kon-Neustarten. Neustarten ist auch logisch und selbsterklärend, denke ich. Hier kann ich auch nochmal die ganze Simbox neu starten. Dauert einen kleinen Moment länger. Und hier kann ich mir die Simbox Pro zurücksetzen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Recovery-Werkzeug, was wir nachher noch einsetzen werden. Hier machen wir nicht so eine tiefe Zurücksetzung wie mit dem Recovery-Tool. Das kann helfen und ist auch schnell gemacht. Allerdings will ich euch das gleich nochmal mit dem Recovery-Tool zeigen. Und hier unten sieht man auch nochmal die Simbox Pro 32 GB mit 4 GB Speicher. Das ist das verwendete System gerade. Soviel zum Thema Support. Wir gehen jetzt nochmal auf die Einstellung hier zurück auf der linken Seite. Und hier können wir unsere Simbox Pro jetzt konfigurieren. Das heißt, wir können hier den IP-SIM-Kon-Fernzugriff erstmal einstellen. Und hier müssen wir ein Passwort eingeben. Denn wenn wir den Fernzugriff von IP-SIM-Kon nutzen wollen, dann brauchen wir einen Passwortschutz logischerweise. Und den aktivieren wir hier. Das heißt, ich gebe hier einfach mal ein Passwort ein. Und hoffe, dass ich das jetzt richtig eingegeben habe und das Ganze sich hier deckt. Genau, es war zweimal richtig. Wunderbar. Das funktioniert normalerweise nicht, wenn ich das vorführe. So, jetzt haben wir hier ein Passwort vergeben. Und jetzt müssen wir IP-SIM-Kon einmal neu starten. Auch das mache ich einmal ganz kurz. Das geht nämlich relativ schnell. Und dann haben wir für den Fernzugriff das Passwort vergeben. Ich gehe nochmal zurück auf die Einstellung. Und jetzt kann man hier nochmal eine Zeitzone einstellen. Auch das, denke ich mal, ist selbsterklärend. Brauche ich nichts zu sagen. Die Sprache auch. Da können wir wählen zwischen Deutsch und Englisch. Ich lasse das mal auf Deutsch stehen. Sonst wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Backups. Da kann ich einmal raufklicken. Jetzt sehe ich hier, es sind keine Backups vorhanden. Logisch, wir haben ja gerade die Box zum ersten Mal in Betrieb genommen. Hier unten kann ich mir ein Backup erstellen. Und hier kann ich ein Backup wiederherstellen, wenn ich das denn möchte. Und wenn natürlich ein Backup vorhanden ist. In dem Fall haben wir das jetzt nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Wir haben ja noch nichts auf unserer Box, was wirklich wichtig ist. Ich gehe wieder zurück auf die Einstellung. Und jetzt gibt es hier nochmal eine ganz wichtige Sache, nämlich VPN. VPN, da werden wir nochmal ein Video zu machen gesondert. Das ist sonst ein zu langes Thema. Das heißt, wir werden uns nochmal mit VPN verbinden, beziehungsweise über VPN mit unserer Symbox Pro verbinden. Auch ein Feature, das neu dazugekommen ist und was Symbox exklusiv ist. Und der nächste Optionspunkt ist hier der Update-Kanal. Auch da könnt ihr jetzt nochmal wählen zwischen Stable, Beta und Testing. Dann nehmt ihr am besten die Stable-Version. Das heißt, das ist die aktuell releasete und offizielle Version. Ihr könnt natürlich auch am Beta teilnehmen oder auch in den Testing-Kanal gehen. Dann habt ihr ein paar neue Features, aber auch unter Umständen den ein oder anderen noch nicht fertigen Optionspunkt, beziehungsweise ihr holt euch vielleicht den ein oder anderen Fehler noch mit rein. Dann müsst ihr euch entscheiden, was ihr da haben wollt. Ich bleibe hier erstmal auf Stable stehen und gehe wieder zurück in die Einstellung. Jetzt gibt es hier unten nochmal die SymbOS-Einstellung. Auch da den Reiter Sicherheit. Da gehe ich nochmal rauf. SymbOS mit Passwort schützen. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, weil ich euch noch etwas zeigen möchte. Und gehe nochmal zurück auf die Einstellung. Hier gebe ich nochmal die Möglichkeit an, per DHCP ein Netzwerk- beziehungsweise eine IP-Adresse zugewiesen zu bekommen. Das lassen wir auch so stehen. Eine feste IP oder eine manuelle IP wollen wir hier nicht setzen. Dann können wir hier auch nochmal einstellen, wo wollen wir die Uhrzeit her haben. Das Ganze wollen wir automatisch haben. Vielleicht gibt es ein paar Fälle, wo man das nicht haben will. Dann kann man das hier entsprechend einstellen. Und ja, jetzt gibt es hier nochmal die Option Connect. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass euer SymbOS aus dem Internet, beziehungsweise von außerhalb eures Netzwerks erreichbar ist. Und wenn ich das aktiviere und hier übernehme, dann kann ich nämlich nachher, wenn ich auf OK jetzt gehe, hier mit dieser IP-Magic-Adresse von außerhalb meines Netzwerks auf das SymbOS zugreife. Ich mache das jetzt mal. Und jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Nämlich SymbOS Connect kann nicht verwendet werden, wenn kein SymbOS-Kennwort vergeben ist. Das habe ich eben ja bewusst nicht angelegt. Das heißt, ich mache das nochmal zu hier, gehe nochmal auf die Einstellungen zurück, gehe dann hier auf die Sicherheit, mache hier einmal den Haken bei SymbOS-Passwort und gebe auch hier ein Kennwort ein und wiederhole das hoffentlich richtig und übernehme das einmal. Und jetzt gehe ich zurück auf Connect, das ist aktiviert noch immer, gehe nochmal auf diese Adresse hier rauf und jetzt könnt ihr sehen, ich komme jetzt auf meine SymbOS Pro rauf, muss aber hier entsprechend das Kennwort eingeben, mache das auch und bin dann auch ganz normal drin. Das heißt, von außerhalb auf meiner SymbOS Pro aufgeschaltet. Ich mache das hier nochmal zu, bin jetzt wieder lokal unterwegs und gehe zurück auf die Einstellungen. Hier gibt es nochmal den Optionspunkt Weiterleitung. Das heißt, hier könnt ihr direkt eure Visualisierung weiterleiten oder auf eure Visualisierung weiterleiten. Das lassen wir auch erstmal deaktiviert, das brauchen wir nicht. Und hier gibt es nochmal einen relativ unwichtigen Punkt für Privatanwender. Hier könnt ihr eine Integrator-Nachricht anzeigen. Das heißt, ihr klickt hier rauf, könnt ihr einmal was hinschreiben und das seht ihr dann, wenn ihr eure SymbOS, wenn ihr auf eure SymbOS Pro zugreift und euer Kennwort eingeben müsst, dann seht ihr entsprechend unter der Kennworteingabe diese Nachricht vom Integrator oder ihr könnt euch da auch selber was hinschreiben. Ja, im Grunde genommen war es das eigentlich schon mit den ganzen Einstellmöglichkeiten. Es ist relativ unkompliziert. Ihr könnt euch hier einfach durchklicken und ihr müsst einfach nur daran denken, dass ihr Kennwörter vergebt, wenn ihr von außen auf eure Symbox beziehungsweise auf euer komplettes System zugreifen möchtet. Ihr könnt hier an der Seite nochmal auf Updates klicken. Dann wird nochmal hier eine Suche nach den Updates für SymbOS und IP-Symcon gestartet. Da sind wir natürlich aktuell unterwegs. Das haben wir ja gerade gemacht. Hier kann man nochmal bei Einrichten diese ganze Einrichtungsroutine durchlaufen. Auch hier nochmal unter Lizenz gibt es die Möglichkeit einfach die Lizenz auch nochmal zu ändern oder beziehungsweise hier nochmal zu sehen, Moment, wo bin ich überhaupt mit welchem Lizenzbenutzernamen überhaupt unterwegs und hier ganz normal den Willkommensbildschirm, den man halt sieht, wenn man ganz normal das Webinterface von SymbOS startet. So, wir haben uns das Ganze jetzt eingerichtet. Ich werde das Ganze jetzt einmal vorbereiten, sodass wir das mit dem Recovery-Tool einmal zurücksetzen können. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Symbox Pro vom Netzwerk getrennt. Mit Spannung ist sie noch immer versorgt. Ihr könnt sehen, das Ganze leuchtet hier. Bei euch sieht das natürlich viel professioneller und besser aus als bei mir hier auf dem Tisch. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und ihr könnt sehen, ich habe hier vorne so ein kleines Micro-USB-Kabel eingesteckt an der entsprechenden Schnittstelle. Und das andere Ende steckt hier vorne in meinem Rechner drin. Und jetzt bin ich auf die IP-SYM-Con-Seite, beziehungsweise auf die SYM-Con-Seite gegangen. Da bin ich gerade drauf, genau. Und unter Downloads, ich packe euch den Link auch nochmal in die Videobeschreibung rein, unter Downloads findet ihr hier unten einmal das Recovery-Tool. Und das müsst ihr euch dann einmal herunterladen. Ich habe das schon gemacht und deswegen brauche ich das nicht zu machen. Ihr bekommt dann hier so eine gezippte Datei. Die müsst ihr dann einmal entsprechend extrahieren. Das mache ich einmal ganz kurz. Und dann geht es schon los. So, ihr bekommt dann hier einmal das Recovery-Tool. Genau, da einmal ein Doppelklick drauf. Und dann bekommt ihr so eine ganz böse Nachricht von Windows, dass das alles gefährlich ist, was ihr hier macht. Ist aber egal. Das könnt ihr getrost ignorieren. Ihr geht hier einmal auf weitere Informationen, geht auf trotzdem ausführen. Und wenn ihr alles richtig eingesteckt habt, dann geht es los. Hier oben steht, die SYM-Box ist connected. Yes. Und das Ganze wird jetzt angestoßen. Und jetzt muss ich das einmalig hier mit Enter bestätigen. Und ja, bestätigen, dass meine Daten auf der SYM-Box Pro überschrieben werden. Und das dauert jetzt hier einen kleinen Moment. Ihr könnt sehen, 2 Minuten 20 ist hier die berechnete Zeit. Das heißt, wir lassen das jetzt mal ablaufen. Ich nerve euch nicht mit meinem Gelaber, sondern wir sehen uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So, ihr seid jetzt Zeuge, wie die letzten 10 Sekunden hier runterlaufen von meinem Recovery-Prozess. Das heißt, jetzt ist es gleich soweit. Die Box ist wieder zurückgesetzt auf Werkseinstellung. Wir können jetzt erstmal alles ausstecken. Das mache ich jetzt hier auch. Und dann werde ich die Box einmal kurz wieder ins Netzwerk bringen. Dafür muss ich mal kurz unter den Tisch verschwinden. So, wieder da. Und das Fenster können wir jetzt schließen mit Escape, genau. Und dann gehen wir mal hier oben auf den neuen Tab. Hier drin habe ich jetzt die IP-Adresse nochmal von meiner Box eingegeben. Die startet gerade neu und holt sich natürlich noch eine IP-Adresse. Die wird wieder dieselbe bekommen. Ich drücke mal hier auf Enter und hoffe, das funktioniert schon. Und ihr seht, das Ganze funktioniert wunderbar. Und den geübten Beobachtern, die werden feststellen, dass wir jetzt hier genau den gleichen Bildschirm wieder bekommen, genau den gleichen Hinweis wieder bekommen über das Dateisystem bzw. die Dateipartition. Das heißt, selbst dieses Resize wird durch das Recovery-Tool wieder rückgängig gemacht. Das heißt, eure Box hat jetzt nach diesem Recovery-Prozess wieder den originalen Urzustand und hat sozusagen ein Hard-Reset bekommen. Wie gesagt, das ist nicht zu vergleichen mit dieser Option, die es im SimOS gibt. Die ist ein bisschen softer, sage ich mal. Hiermit mit dem Recovery-Tool macht ihr auf jeden Fall alles vollkommen platt, was eure Box irgendwann mal geschweichert hat. Genau. Und jetzt haben wir wieder das Gleiche wie eben. Das heißt, wir klicken uns jetzt hier wieder durch. Da will ich euch aber jetzt nicht mitnehmen. Das heißt, wir sind am Ende von Video 2 angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, dann packt die gerne unten in die Kommentare rein. Geht den Weg gerne auch über die Community. Die Links bringe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Wir sehen uns beim dritten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.